. . . . . Ich habe übrigens jetzt den zweiten Teil von meinem Job gestartet, das geht dann nämlich beim Hochladen schneller und ihr könnt den Führer sehen und wenn ich das in einem Video machen würde, dann würde der fix so um die 20 Minuten oder eine Stunde zum Hochladen so kann ich das ein bisschen aufteilen, ihr könnt erst den ersten Teil sehen und dann den zweiten Unser WLAN daheim ist nämlich nicht so gut klar, also das WLAN schon, aber der PC spielt nicht so gut mit und bei großem Video schreibt er dann eben auf mein Fall und ich muss teilweise auf Neufrafen also, es ist eine Sicherheit für mich selbst, ihr fängt jetzt gleich die Wanneburger Kolonne ab, ich kann nicht garantieren, dass ihr mich immer versteht, und man hört auf die Lok Arbeit. Ich drehe die Kamera jetzt gleich mal kurz nach rechts, da könnt ihr, ne, ich lasse die links, dann könnt ihr dann nämlich gleich die Luftwurz sehen, wir fahren über Einfall und Ausfall von der Luftwurz rüber, jetzt schaut mal da unten auf die Fliege vom anderen zu, wer hat da mit Hochschwellen das andere Gleis? Wir haben Holzschwellen, noch, die kann ich euch dann dann die Holzschwellen zeigen, oder hier kann ich sie euch eh dann noch zeigen, wenn wir an Schweizerhaus an der Station vorbei sind, da hat auf andere Gleis dann nämlich auch Holzschwellen und die könnt ihr dann sehen, und ein Fahrt voraus. Jetzt fahren wir aus auf dem Metonschwellen. Das sind jetzt die normalen Spälen und gleich kommt ihr dann Übergang. Übergang voraus. Das war der Übergang. Merkt man keinen Unterschied, wenn wir ohnehin schon noch getobt wären. Und noch ein Übergang. Das war gerade die D3, also die rosenne, mit der rosenne Garnitur. Jetzt kommt noch ein Übergang und dann kommt die Station Schweizerhaus. Hier ist eine leichte Steigung, deswegen hört man die sonst so schön Arbeit. Hier wird übrigens immer bei der letzten Fahrt seine Kette vorgegeben. Also da wird abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht komme ich ja hier mal vorbei, wenn es zu ist. Dann kann ich da entweder einen kleinen Block machen, oder was weiß ich nicht. Oder wenn ich irgendwann mal die letzte Runde fahre, schaue ich, dass ich mich hinten hinsetze und mache einen Block. Ja, Bahnübergang voraus. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt jetzt noch einer und dann ist schon die Einfahrt-Inspensivgelände. Da zeige ich die rechte Seite nicht, das ist nämlich der Garten von der Schäfer. Ja, hier müsste jetzt dann gleich die D2, also die rote, zu sehen sein. Ja, Fragestelle meldet euch mal schön. Und die Dampfkarte kommt auch gleich vorbei. Ich weiß nicht genau welche es ist, das werde ich euch später nochmal mitteilen. mal schauen, was hier da ist, die Dampfkarte. Da war die Dampfkarte. Da war die Dampfkarte. Weiche, das ist die weiche, sie nur genossen. Die Dampfkarte, das ist die Dampfkarte. Und rein, das schwarze Loch. Und wir fahren schon beim Hauptmannupain. Jetzt kommen gleich drei Mal diese Sicherheitsschilder. Dann wird mal ein bisschen was vom Kohlehaufen sehen und auch vom Kohlebunker. Und vom Leutewerk wird mal auch was sehen. Oder? Hm. Ja, ich lasse es jetzt mal so und später zeige ich dann recht das Haarschild zum Anhalten. Wenn euch das so snack. Da ist es so knickst, mich. Und wenn ihr die Dampfkarte zu machen... Oder ist es ein bisschen w alder? Ja, das ist so knickst. Machen.